Mahlzeit! Herzlich Willkommen beim Ride Review Videomagazin und dem Rundgang über die Dresdner Kirmes. In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden fand dieses Jahr auch wieder vom 4.4. bis zum 26.4. das Dresdner Frühlingsfest auf dem Volkswissgelände statt. Geöffnet war die Kirmes immer ab 15 Uhr von Montag bis Freitag, an Samstagen und Sonntagen schon ab 14 Uhr. Der kleine Rundgang über den Festplatz führte wie üblich an vielen Gastronomiebetrieben vorbei, sowie an einigen Reihengeschäften. Natürlich durften auch in Sachen Fahrgeschäfte einige Klassiker nicht fehlen, wie zum Beispiel Wellenflieger, Breakdance, Autoscooter, der Musik-Express von Bachmann, etwas exotischer mit einem Kassenhäuschen in der Front, Riesenrad, Geisterbahn und einigen Kinderkarussells. Leider war nicht viel los, dennoch ist dies eine sehr schöne Kürbis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Kürbis Die Kürbis Die Kürbis Die Kürbis Die Kürbis Untertitelung des ZDF, 2020